Halb acht. Halb acht. Kann er sich mittags umziehen? Kann er sich mittags umziehen? Sie besuchten ein berühmtes Denkmal. Sie besuchten ein berühmtes Denkmal. Ich werde bald da sein. Ich werde bald da sein. War Ihre Schwiegermutter Rechtsanwaltsfachangestellte? Die Krankenschwester wird Ihnen in kurzer Zeit Ihre Medikamente verabreichen. Die Krankenschwester wird Ihnen in kurzer Zeit Ihre Medikamente verabreichen. Normalerweise gehe ich um 22 Uhr ins Bett. Normalerweise gehe ich um 22 Uhr ins Bett. Ich kann eine wunderschöne Landschaft zeichnen. Ich kann eine wunderschöne Landschaft zeichnen. Könnte ich bitte ein Glas Passionsfruchtsaft haben? Könnte ich bitte ein Glas Passionsfruchtsaft haben? War Ihre Frau Kellnerin? War Ihre Frau Kellnerin? Wen hast du mitgenommen? Besitzen Sie eine treue Karte? Besitzen Sie eine treue Karte? Sind Ihre Cousets Wissenschaftler? Sind Ihre Cousets Wissenschaftler? Mein Vater fährt ein blaues Auto. Mein Vater fährt ein blaues Auto. Wie mache ich? Wie mache ich? Meine Kinder waren Bergleute. Meine Kinder waren Bergleute. Wie war dein Tag bis jetzt? Wie war dein Tag bis jetzt? Dieses Foto gehört Viktor. Dieses Foto gehört Viktor. Wie alt ist dein Großvater? Wie alt ist dein Großvater? Unsere Mitglieder sind sehr aktiv und wir haben viel Spaß. Unsere Mitglieder sind sehr aktiv und wir haben viel Spaß. Ich rufe dich später an, sagte er. Ich rufe dich später an, sagte er. Sein Computer ist schneller als meiner. Sein Computer ist schneller als meiner. Er ist nicht nur ein talentierter Musiker, sondern auch ein talentierter Komponist. Er ist nicht nur ein talentierter Musiker, sondern auch ein talentierter Komponist. Wir treffen uns im Restaurant. Wir treffen uns im Restaurant. Er betrachtet das Gemälde. Er betrachtet das Gemälde. Diese Stifte sind brandneu. Diese Stifte sind brandneu. Du bist vor mir. Du bist vor mir. Du bist ein unglaublicher Künstler. Du bist ein unglaublicher Künstler. Sie waschen ihre Wäsche einmal pro Woche. Sie waschen ihre Wäsche einmal pro Woche. Ich zerstöre nicht jeden Tag. Ich zerstöre nicht jeden Tag. Müssen sie nach einer Nacht jagen? Müssen sie nach einer Nacht jagen? Könnte er am Tag zuvor ein Vermarkter gewesen sein? Könnte er am Tag zuvor ein Vermarkter gewesen sein? Du siehst wunderschön aus. Du siehst wunderschön aus. Ich habe letzte Woche ein neues Telefon gekauft. Ich habe letzte Woche ein neues Telefon gekauft. Er kann sofort Geselle werden. Er kann sofort Geselle werden. Hallo, wie kann ich Ihnen heute helfen? Hallo, wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich schätze Ihre Hilfe. Ich schätze Ihre Hilfe. War unsere Großmutter Hausbesitzerin? War unsere Großmutter Hausbesitzerin? Möchten Sie etwas Wasser? Möchten Sie etwas Wasser? Die Krankheit wurde durch ein noch nicht verstandenes Virus verursacht. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Gehen Sie ans Telefon, wenn es klingelt. Ist die Arbeit erledigt? Ist die Arbeit erledigt? Sie sind keine monatliche Krankenschwester. Sie sind keine monatliche Krankenschwester. Lass uns morgens laufen gehen. Lass uns morgens laufen gehen. War mein Enkel Fensterputzer? War mein Enkel Fensterputzer? Könnte ich bitte ein Glas Ananassaft haben? Könnte ich bitte ein Glas Ananassaft haben? Ich werde mich mit meinen Freunden treffen. Ich werde mich mit meinen Freunden treffen. Entführen Sie? Entführen Sie? Es kann nicht gebrochen werden. Es kann nicht gebrochen werden. Der Dialog fühlt sich sehr natürlich an. Der Dialog fühlt sich sehr natürlich an. Was für Übungen machst du? Was für Übungen machst du? Was haben sie getan? Was haben sie getan? Musik steigert die Emotionen. Musik steigert die Emotionen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Pizza oder Sushi bestellen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Pizza oder Sushi bestellen soll. Diese Leistung war Oscar-würdig. Diese Leistung war Oscar-würdig. Das Licht ist zu hell. Das Licht ist zu hell. Tut mir leid, dass ich unterbreche. Aber Tut mir leid, dass ich unterbreche. Aber Lass es noch einmal von mir laufen. Lass es noch einmal von mir laufen. Sie gingen selten. Sie gingen selten. Wenn das Wetter nicht feucht ist, gehe ich raus. Wenn das Wetter nicht feucht ist, gehe ich raus. Dein Halbbruder ist Bestatter. Dein Halbbruder ist Bestatter. Sollte er nicht nachts helfen? Sollte er nicht nachts helfen? War ihr Nachbar ein Schwimmer? War ihr Nachbar ein Schwimmer? Sie mögen kein scharfes Essen. Sie mögen kein scharfes Essen. Wenn Sie nach Ihrer Abreise noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Wenn Sie nach Ihrer Abreise noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Kann ich Ihre Temperatur messen, Sir? Kann ich Ihre Temperatur messen, Sir? Sind wir jede Woche Schweißer? Sind wir jede Woche Schweißer? Sein Freund war der Manager. Sein Freund war der Manager. Bitte ausfüllen Was ist der Kaffee des Tages? Sie sollten bei der Prüfung nicht schummeln. Ich habe letzten Monat eine Komödie gesehen. Ich habe letzten Monat eine Komödie gesehen. Können wir nicht selten passieren? Können wir nicht selten passieren? Ich muss einen Arzt aufsuchen. Ich muss einen Arzt aufsuchen. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung. Am Montag haben wir Englischunterricht. Am Montag haben wir Englischunterricht. Machen wir Toast. Machen wir Toast. So schmeckt das Essen besser. So schmeckt das Essen besser. Würde nicht erscheinen. Würde nicht erscheinen. Mir sind einige Dinge aufgefallen. Mir sind einige Dinge aufgefallen. Wirklich. Wirklich. Kann ich mir Ihren Stift für eine Minute ausleihen? Kann ich mir Ihren Stift für eine Minute ausleihen? Hat er es schon einmal zu Hause entworfen? Hat er es schon einmal zu Hause entworfen? Unsere Großmutter ist Sportreporterin. Unsere Großmutter ist Sportreporterin. Das war eine Minute ausleihen. Das war eine tolle Idee. Das war eine tolle Idee. Ich mache etwas Wichtiges. Ich mache etwas Wichtiges. Ich muss den undichten Wasserhahn reparieren. Ich muss den undichten Wasserhahn reparieren. Sprich, ich kann dich nicht hören. Sprich, ich kann dich nicht hören. Kann ich zur Groove-Musik-App Schaltfläche navigieren? Kann ich zur Groove-Musik-App Schaltfläche navigieren? Kann ich dir etwas sagen? Kann ich dir etwas sagen? Jetzt möchte ich ein Dessert bestellen. Jetzt möchte ich ein Dessert bestellen. Werde ich zur Schule gehen? Werde ich zur Schule gehen? Er zweifelt an ihren Absichten. Er zweifelt an ihren Absichten. Normalerweise können wir eine Maniküre machen. Normalerweise können wir eine Maniküre machen. Der Hund bähte laut. Der Hund bähte laut.